Ja genau, wir haben uns vor zehn Jahren nicht mehr gesehen und damals Oktoberfest, aber Vater habe ich kennengelernt damals bei den Supernasen. Ich glaube, wann hat er das gemacht? Oh Gott, 84, 85? Gerade als ich geboren bin. Wann war das? 82 dann. So, dann war es also 83 irgendwie, in dem Bereich hat er Supernasen. Genau. Und da habe ich ihn bei der Premiere kennengelernt, immer wieder mal gesehen und ja, bis heute fällt diese Freundschaft. Und da warst du noch nicht in Amerika, oder? Da war ich noch nicht in Amerika. Ich bin erst nach Amerika gut 86, ich war in den 80er Jahren schon mal da, so für zwei, drei Wochen. Aber richtig rübergezogen, damals auch mit Familie, das war dann 92 gewesen. 92, vor meinem Dad. Als wir jetzt das gemacht haben. Richtig, und damit kam er nachher auch rüber. Dann habt ihr euch noch mal so näher. Dann habe ich ihn so, so gehabt irgendwo, ich weiß nicht, ob wir noch mal ein Foto irgendwo haben, aber ich weiß, da hast du dann später Tennis gespielt. Genau, da hatten wir so ein Haus mit Tennis. Weil Ralf war immer ein Familienfreund von uns und deswegen ist da so eine Nähe zu mir und ihm und mit meinem Dad. Und deswegen ist das schön. So messe ich die Distanzen. Ich habe es ja zwar in Yards, nicht in Deutsch. Und da siehst du, musst du die Fahne. So. Ich zeig dir das mal, wie das hier so geht. Und dann siehst du. Okay. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Okay, dann mache ich es dann. Zeig dir den Weg. Du legst das. Zeig mir den Weg. Soll ich hier bleiben oder mich dahinter stehen? Ja, da bleibst du gut, ja. Wow. Wieder ein Wedge. Ist das gut für dich? Ja, wow. Wow! Der ist gut, schöner Schlagraub. Ich bin sehr überrascht, um ehrlich zu sein, in einem guten Weg. Das ist deine Ausstrahlung, deine Energien, die auf mich rübergehen. Golf, wie kam ich zum Golf? Ich habe dich einmal gesehen mit einem Putter, glaube ich, auf Insta. Da waren wir mit Arnold und Clint Eastwood damals in Sand Valley, in Idaho. Da habe ich dich das einzige Mal gesehen. Was hast du mit Golf auf dem Hut überhaupt? Ich habe damals eine Einladung vom BMW bekommen. Das war so 2007, 2008 gewesen. Dort gibt es jedes Jahr in München die große Veranstaltung. Genau, den BMW Open. Du hast gar nicht Golf gespielt? Ich habe drei Tage vorher, mein Freund Dobeleit und Norbert, mich mit einem Golfcoach in München zusammengebracht. Und mir ging es darum, dass ich wenigstens den Abschlag packste. Den hatte ich um 8.10 Uhr. Dann ist der auch irgendwo, der Ball ist auf jeden Fall weg gewesen. Und zwar nicht in die gerade Richtung, sondern rechts runter irgendwo. Und ich habe dann mein neun Loch da mehr oder weniger gespielt oder habe mich da durchgearbeitet. Irgendwo nach dem neunten Loch habe ich gesagt, boah, ich habe Krämpfe jetzt im Bizeps. Und dann bin ich zurück und der Marketing-Mann vom BMW sagte damals, der Vorstand, Weiler hieß er. Ja, der bekannt vor der Name. Genau. Er sagte, Mensch, Herr Möller, wie sieht es denn aus? Boah, ich habe Krämpfe bekommen. Was machen wir denn da jetzt? Na ja, ich sage, am besten ist es ein Weißbier. Ich hatte das als Witz natürlich gemacht. Ja, ja. Und so fiel das an. Aber dann habe ich immer mal wieder gespielt, immer wieder versucht. Und dann später bin ich nach Budapest mal zu einem Spiel, habe sogar ein Paar gespielt. Wow, okay, genau. Und konnte mich aber nach diesem 18-Loch-Spiel, das waren die ersten Spiele. Ich wollte am anderen Tag aus dem Bett, ich kam nicht raus. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich weiß, ja, genau. Weil man als Anfänger natürlich verkrampft man natürlich auch. Ja, genau. Und ist nicht immer locker. Und dann meint man den Ball auch mal ein bisschen mit Gewalt zu schlagen, das geht überhaupt nicht. Das ist super, ja. Ich bin, also wie gesagt, ich wollte raus. Ich bin auf allen Vieren gebrochen. Aber wie gesagt, das waren absolut andere Mustergruppen. Also soll mal keiner sagen, Dolph ist nicht anstrengend. Zweiter Schlag. Ach, zu fest. Stopp, 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 stopp. Ach, Demi. Zu fest. Da regt man sich auf. Komm her, das schlagen wir jetzt aber rein, du. Das ist jetzt gnadenlos so. Willst du noch mal ein Partner nehmen oder die Wedge jetzt? Ach, guck mal, wie herrlich. Den hast du natürlich drin. Also wie stehe ich hier, Roman? Du stehst perfekt. Ja, das ist jetzt für dein Paar. Den musst du einfach, das ist alles so Gefühlssache, außerdem, du musst die Geschwindigkeit einfach und die Länge fühlen. Also es ist jetzt nicht, den letzten hast du zu hart gehauen. Ja, genau so. Ja, genau so. Schau. Weil der bergab geht, geht der natürlich ein bisschen schneller, aber den hast du auch viel leichter gehauen. Ja. 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 Ja, so. Genau. Genau. Ja, Roman. Übrigens, mein lieber Roman, du wirst es nicht wissen, aber auf diesen Wegen hier ist eine große Legende schon vor uns gegangen. Wir haben nämlich hier nicht ganz weit entfernt die Fox Studios. Ah, okay. Und dort und hier hat kein anderer auch unter anderem gespielt wie Sean Connery. Wow. Er hat nämlich damals für Fox auch gearbeitet und für den Bond-Film mit Gerd Fröbe, kennen wir ja alle noch, hat der Golf gespielt in den Anfangsszenen und seitdem hat der angefangen, hat der trainiert und bis zum hohen Alter das beibehalten. Ich bin jetzt das schwierigste Loch und da möchte ich sehen, ich bin dein Caddy, ich schaue dir weiter, ich bring dich durch, aber was du spielst, von Anfang bis Ende spielen wir ein Loch jetzt durch. Schlag, zwei, zwei, drei, ich würde sagen, ich brauche bestimmt sechs Schläge da. Meinst du sechs Schläge? Genau. Wenn wir sehen, das ist die Sache, besser oder schlechter. Das wäre gut für dich. Das wäre gut für dich, ja. Aber wenn ich, dann geht es auch mal in die Zehner. Ich habe ja lange nicht mehr gespielt, aber jetzt weiß ich ja wo. Ich werde ihn auf den Boden lassen. Ja, ja, ich lasse ihn kommen. Oder ich kann ihn. Nee, hast recht. Ja. Ja. Das wird ein langer Spieler, da komme ich hin. Ja, okay, okay. Bisschen in die Bäume, aber ist okay, komm raus. Da ist er in die Bäume. Ah, ist recht gehübt. Okay. Meinst du, er ist oben? Siehst du ihn? Ich sehe ihn. Er ist zwar rechts von den Bäumen, aber da coache ich dich durch. Da coache ich dich durch. Okay. Ja, leider ein bisschen rechts. Schade, Mensch. Jetzt musst du so durch die Bäume entweder, aber ich coache dich da durch. Also, genau. Längeres Loch hier, das sehen wir jetzt mal. Und ich glaube, das passt. Bist du den einfach so… Das habe ich nie gehabt, den Wett. Das kann natürlich nicht von mir. Nee, aber du brauchst kein volles Set. Ich meine, du hast ja nie richtig gespielt und so. Und ja, jetzt ist dein zweiter Schlag, Ralf, auf diesen paar drei. Auf die weite Flahne. Oh Gott. Ah, hat den Baum ein bisschen getroffen. Der wäre aber perfekt gewesen. Ist okay. Der ist zu hoch gegangen. Okay. Ich nehme deine Brille. Ist der zweite. Ist der zweite. Ist der zweite. Aber hast du gesehen, der ist schon in die Richtung? Ja, deswegen… Der ist jetzt ein bisschen zu hoch gegangen. Ich habe gedacht, dass du ein bisschen hörst. Du hast zu… Aber das ist halt alles Gefühlssache. Ich will jetzt nochmal den nehmen. Okay, das ist jetzt der vierte Schlag. Den dritten haben wir verpasst, aber… Ja gut, der ist in den Ästen da oben fest. Ja, der ist gut. Warte mal. Sehr schön. Und bis sechs habe ich gesagt. Ja genau. Wenn du es unter sechs schaffst, finde ich das schon sehr gut. Das ist jetzt der Put, der zählt also für die fünf. Geht auch ein bisschen runter. Also nicht zu hart hauen. Ne. Sehr schön. Nimmst du sehr ernst. Das ist schön. Das heißt jetzt… Das ist jetzt für deine fünf. Genau. Für deine fünf. Ja gut, das wird wahrscheinlich sechs habe ich gesagt, aber… Deswegen bedeutet das so viel der Put. Ja. Oh, der geht noch da vorne runter. Ja, wir sind ja beim Rancho Park Golfplatz und Ralf hat mir erzählt, dass die Fox Studio hier sind. Richtig, die Fox Studios. Und dann auch wenn drüben Dreharbeiten waren, ob der Arnold nun hier gedreht hat oder Clint Eastwood, Sylvester Stallone, die sind gerne in diesem Studio immer gewesen, weil wenn sie hier Innenaufnahmen hatten, in den Pausen oder so danach oder wenn mal längere Wartezeiten waren, was beim Film vorkommt, sind die hier und haben dann ein bisschen gespielt. Ja genau, hier ist perfekt. Genau, da kann man dann zum Golf hier gehen. Das ist echt… Hier sind sie. Family Guy. Ja. Family Guy machen sie hier, die Production. Es ist ja perfekter Fit. Golf und Production mit Ralf Möller. Das habe ich eigentlich so geplant. Ja. Wenn der blöde Ast nicht da gewesen wäre. Ich weiß, es war ein guter Schlag. Ich weiß, ja. Okay. Aber ich bin, um ehrlich zu sein, sehr beeindruckt, dass du überhaupt den Ball triffst. Ja, ja. Es ist ja das Schwere. So. Ich treffe auch manchmal den Ball nicht. Weißt du, wie oft ich es daneben geschlagen habe? Und mir ging es dann darum. Vor der Kamera, ja. Ja. Auch damals, wo wir erstmal schlugen. Ich sagte, Mensch, wenn die Pässe… Auch ein Muskelprotz. Wir werden den Bizeps heute zum Wachsen bringen. Jawoll. Yeah. Noch kann er ja lachen. Noch kann er ja lachen. Genau. Ja. Ja. Ja.